Willkommen zurück zu Living Legends Beasts of Brayman. Ähm, ja, äh, ja, gute Frage. Was fange ich mit der Flöte an? Wie repariere ich diesen Stock? Und wo finde ich einen Griff? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Habe ich hier überhaupt noch was zu tun? Ne, aber wir können hier nochmal hin. Ja, aber hier ist ja der Nebel. Der geht ja nicht so viel, nicht? Mit dir quatschen brauche ich nicht. Da kriege ich eh keine vernünftige Antwort. Habe ich eigentlich schon alles gefunden. Achso, ja tatsächlich. Ja, du darfst wieder... Ach, da geht's noch weiter. Ja, mhm. Goodie. Ach, schau an. Wen haben wir denn da? Oh, oh, oh. Wieso kann ich, kann ich hier nicht greifen? Ja, da geht's nicht rein. Ah, das ist dein Plan. Alles klar. Okay, ähm, das möchte ich nicht mit bloßen Händen berühren. Ja, das ist nachvollziehbar. Äh, wie kriegen wir das denn da raus? Was ist das? Feuerzeugteil. Ah, okay. Was haben wir hier? Wegen dem Nebel geht nix. Ja. Äh, ich, äh, ob ich diese Schlange wohl mit etwas Musik betören kann. Hier. Und der ist weg. Okay, sehr cool. Äh, mit diesem großen Loch wird die Trommel kaum zu gebrauchen sein. Ja, das ist so wahr. Und hier haben wir einen Gegenstand. So, nun ist die Frage... Ah. Ah, okay. Und sie hat einen blauen. Den haben wir auch. Aber da komme ich noch nicht ran. Vielleicht ist hier ja was drin, was wir gebrauchen können. Wir haben das Mädchen im Turm versteckt, so wie es das Gericht beschlossen hat. Wir können nicht zulassen, dass ihre Magie Bremen gefährdet. Ihre Eltern müssen das verstehen. Ach so, ja. Mensch. Na dann. Ein Messergriff. Warte mal. Vielleicht kriege ich dann so auch... Oder vielleicht auch eher nicht. Klebriges Hass könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Aber wie bekomme ich das? Nee, das geht auch nicht. Trommel. Stöcker. Oh, ja. Was mache ich denn jetzt damit? Vielleicht? Nein, auch nicht. Oder vielleicht... Oder vielleicht... Ja, an der Stelle... Auch nicht. Ah! Aber ich bin hier... Ich bin hier schon richtig. Da kann sie nichts sehen. Aber warte mal. Vielleicht... Wo muss ich es anbringen? Es geht bestimmt mit dem Harz. Ich weiß nur nicht... Mit was ich dem Harz... Ah, da ist auch noch was. Äh... Wie ich da rankommen kann. Das ist eine Schere. Noch mehr Nebel. Toll, ne? Nein, nicht die Schere. Äh... Vielleicht damit? Ja, danke. Danke, danke. Ich sollte versuchen, die Puppe hineinzutreiben. Ärgern wir sie mal ein bisschen. Eben wollte sie ja da rein. Flieg! Wo ist denn der Fiffi? Ach, du meine Güte. Traumfänger, Schlüsselset, ähm... Harmonika, äh... Musikbuch, Fernglas, Münze, Frosch, Schuh, Katze, Hahn, Ring und eine Vase. Äh... Ja. Ah, okay. Machen wir eben auch schon Buchstabe. Irgendwas hatte ich doch eben schon mal genommen. Musikbuch, Frosch. Ring-Vase-Katze. Und einen Ring brauchen wir noch. Körner, wo ist der Ring? Das ist dann, glaube ich, auch das letzte Teil. Äh, ja, ich finde den Ring gerade nicht. Du hast nichts an deiner Hand, ne? Ah, hier. Okay. Das ist schön, äh... Ah, okay, alles klar. Da, ich hab dich. Fluch der Hahn. Äh, war da? Wie er meckert. Okay, machen wir mal die. Oh. Wie gemein. Äh, das war anscheinend nicht so gut. Dann machen wir es mal so. Warte mal, aber das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so zwangsläufig verkehrt. Hm, das ist ja hässlich. Ich komm hier nicht weiter. Wenn ich die beiden jetzt wegnehme, dann hackt er mir wieder in die Finger. Oh, das hat die ersten Male so gut geklappt. Ja, ja. Äh. Ah, ja, okay. Das ist schon mal ganz gut. Na, das sollt ihr jetzt aber hinhauen. Das ist nichts mehr mit in die Finger hacken. Zumindest nicht für die erste Runde. Okay. Ätsch. So. Oh. Da haben wir nur fünf. Boah, das sind nicht meine Runden. Äh, okay. Wir kriegen einen verpasst. So. Wie hab ich das denn eben hier noch gemacht? Okay. Okay. Davon haben wir sechs. Und den haben wir aber nur fünf. Und wenn ich die wegnehme, weiß ich gerade nicht. Äh, werde ich gleich sehen. Ah ja, okay, doch. Ist in Ordnung. So. Sehr schön. Äh, ja, dann gehen wir mal zu ihm, würde ich sagen, ne? So, ist aber Schluss mit lustig. Ich bin frei. Wie bin ich hier? Wait. Ok. Ja, die Trommel, die habe ich schon gefunden. Hilft mir das hier weiter? Ah, ich glaube nicht für die... Ich glaube, das ist eher für die, äh... Na. Nein. Lass das. Für die Stäbe, ne? Oder? Nicht? Ja, ich konzentriere mich doch. Das ist doch Klebeband, oder nicht? Dicke, dickes Band. Okay. Ja, dann, dann, weil... Dann hast du jetzt Pech gehabt. Was ist denn hier mit... Ja. Ja. Äh... Ah! Jetzt habe ich Klebeband. Oh, warte mal. Äh... Ich verstehe. Habe ich das Band jetzt nicht mehr? Hm. Schade. Ich dachte, ich könnte, äh, das damit auch noch kleben. Ah. Gut. Wir nähen. Auch in Ordnung. Cool. So. Dann... Dann sehen wir jetzt erstmal zu, dass der Nebel hier verschwindet. Bitteschön. Er gibt alles. Und Jacob hat den Nebel aufgelöst. Nun kann ich in den Turm. Ja. Moment. Lass mich hier erstmal gucken, was hier noch so ist. Hier ist ein Hammer. Was ist das? Putzstock. Komm, was haben wir hier noch? Diese Statue wäre wunderschön, wenn ich nur das Moos entfernen könnte. Ich habe, glaube ich, nichts. Oder warte mal. Nee. Nicht wirklich. Okay. Gar nichts mehr. Wunderbar. 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 Da freue ich mich. Hier haben wir noch eine Kette. Dieses Netz löst bei mir Gänsehaut aus. Ja. Das Netz ist mir eigentlich relativ. Geht auch nicht. Was ist denn das mit diesem Putzstock hier? Oh, das wird ein Schiebeding. Ich sehe es schon. Okay. Gucken wir mal. Oder warte mal. War da was? Nee. Dann gehen wir halt in den Turm. Auch in Ordnung. Von wegen. Ich brauche ein anderes Messer, um in den Turm nach oben zu klettern. Eine Kette. Oh Gott. Klettere den Turm nach oben. Tippe die Vertiefungen und Wurzeln an, aber vermeide die Schwachstellen. Ich weiß ja nicht mal, was die Schwachstellen sind. Äh, wo haben wir denn hier noch einer? Ach so. So viel zur Schwachstelle. Das geht auch nicht. Ah ja. Was? Nicht gut. Okay. Hier hält's. Brauchen wir denn hier noch eine Stelle? Das ist so ein bisschen strange hier mit den Armen. Okay, wunderbar. Der war anscheinend richtig. Ach, muss ich Paare finden? Ah, okay. Jetzt hab ich gar nicht auf die Symbole geachtet. Ich dachte, das wär so ein Try and Arrow Ding. Ach du Schande. Ich seh schon. Gut, dass ihr das sagt. Das muss das Versteck der Herren des Nebels sein. Ich dachte, sie wurde hier eingeschlossen. Ja, oder Rapunzel wurde hier anscheinend eingeschlossen. Ich werde alles reparieren, wenn die Zeit gekommen ist. Okay. Aus dem Schlüssel. Wie kann ich dieses Nähkästchen öffnen? Da fehlt uns ein Emblem. Aber ich glaube... Ich glaube, wir haben keins. Na? Die sind angriffslustig. Äh, ich brauche eine todsichere Mittel gegen diese Raben. Wir brauchen Schuhe. Ganz dringend. Ach so, wollen wir dann uns rein. Hier ist eine Kuppa. Zwischentuch. Silbernes Diadem. Mit dem. Mhm. Dafür der Putzstock. Aber natürlich. Und wir brauchen bestimmt die Waffe für die Raben. So, aber jetzt ist die Frage... So weit bin ich ja nur noch nicht. Mit der Waffe hier. Ah. Wo war denn jetzt... Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel, aber einer fehlt. Vielleicht kann ich dieses Feuerzeug reparieren. Wenn ich alle Teile finde. Okay. Diadem? Nein. Das geht nicht. Nun gut. Ähm. Ich bin mir sicher, dass hinter diesen Felsen etwas ist. Aber ich brauche ein Werkzeug. Ähm. Werkzeug ist das hier so eine Kiste für sich, ne? Ah. Okay. Damit geht es natürlich auch. Okay. Das machen wir eben noch. Notenschlüssel, Handschuhe, fünf Münzen. Ein, drei, vier. Und die letzte... Sehe ich nicht. Hier haben wir den Notenschlüssel. Ähm. Ein Schlüssel. Schleife, Karotte. Hier haben wir die Schleife. Irgendwas hat er da eben gezeigt. Das kommt bestimmt hier hin. Ah, das muss ich annähen. Okay. Vater, Bruder, Bruder, Mutter. Nee, warte mal. Was soll denn das? Ah, die Mutter. Nee. Mutter hat das wohnt. Okay. So, den Handschuh. Ah, was haben wir denn noch? Erbsen, Froschkäfer und eine Nuss. Hier haben wir die Erbsen. Da oben kommt ein Piepmatz rein. Das ist aber nicht für uns bestimmt, Glauber. Schlüssel. Da ist der Frosch. Nuss. Eine Karotte. Wo war denn eine Karotte? Oder eine Nuss? Ich nehme beides. Am besten alles. Und eine Münze. Ich finde die letzte Münze nicht. Glaubt man das? Ach, da ist die Nuss. Hier ist die Karotte. Und jetzt bin ich rausgegangen. Verzeihung. Und eine Münze brauchen wir noch. Eine einzige. Und dabei sind die doch so wunderschön auffällig. Gold. Da ist sie. So, was kriege ich? Einen silbernen Schlüssel. Das finde ich gut. Und. Ein was? Auerkellengriff. Patronen. Watteball. Watteball. Oh. Das habe ich mir schon gedacht. Ach, warte. Schieße auf die Raben, um passende Paare zu finden. Ja, okay. Na. Das war er nicht. Oh Gott. Oh Gott. Der ist hier unten. So. So, den hatten wir entweder hier oder... Nein, okay, das ist richtig. Okay, ich hatte keine Ahnung, dass ich so gut schießen kann. Gut, wir haben Knöpfe gefunden und wir brauchen noch viel mehr davon anscheinend. Watteball, was mache ich denn mit dem Watteball? Okay, ich würde aber sagen, wir schauen uns im nächsten Part weiter um und gucken, was wir hier noch so anstellen können. Da kann ich nicht ran, ne? Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüss!